Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz vor dem vorletzten Spieltag der aktuellen Saison. Am Sonntag spielen wir beim SV Sandhausen um 15.30 Uhr. Alle Spiele fangen ja zeitgleich an. Wir werden wahrscheinlich von insgesamt 1.400 Fans begleitet. 600 fahren mit dem Sonderzug von Bielefeld nach Süddeutschland. Weder im Sonderzug noch im Mannschaftsbus sitzen auf jeden Fall Nils Quaschner, Christopher Nöte, Sven Schiplock, Cedric Brunner, der erfolgreich operiert wurde in Zürich, Nils Seufert, der geschont wird aufgrund von Schambeinproblemen, Manuel Prietl, der gelb gesperrt fehlt und Julian Börner, der nicht im Kader steht und Roberto Massimo, da gibt es noch ein Fragezeichen, der ist noch angeschlagen und das wird sich wahrscheinlich dann kurzfristig entscheiden. Ja, und jetzt ist Zeit für eure Fragen, jetzt seid ihr im Zug. Ja, Herr Nöters, gestern ist bekannt geworden, dass Julian Börner den Verein wechseln wird. Wie haben Sie diese Information gestern aufgenommen? Erstmal sehr überrascht, dann natürlich ja auch total enttäuscht. Ich glaube, so wie der Verein sich auch geäußert hat, so geht es mir auch, obwohl ich jetzt ein halbes Jahr mit ihm zusammengearbeitet habe, habe mich aber in der Zeit sehr vehement auch für ihn eingesetzt, dass der Vertrag auch verlängert wird. Viel Zeit investiert, viele Gespräche geführt und ich war mir eigentlich auch total sicher, dass es so kommen wird. Nicht, dass er absetzt, sondern dass er seine Zusage einhält. Ja, von daher war ich sehr überrascht und tief enttäuscht und mehr gibt es eigentlich gar nicht dazu sagen, weil wir jetzt eine neue Situation haben, wir uns dann auch um andere Dinge kümmern. Sandhausen steht jetzt vor der Tür und das ist jetzt erstmal das, woran wir jetzt arbeiten müssen. Trotzdem bei all dem Ärger und der Enttäuschung, die durchklingt, haben Sie denn rein sportlich gesehen da auch ein Verständnis? Gar nicht? Nein, das eine kann man nämlich vom anderen lösen. Eine Zusage ist eine Zusage und vielleicht bin ich da ein anderer Jahrgang, für den ich vielleicht noch andere Werte zähle. Kein Verständnis. Haben Sie denn, oder ist es für Sie dann auch die einzig logische Konsequenz gewesen zu sagen, okay, dann war es das jetzt auch für die letzten beiden Spiele, kommt er nicht mehr mit? Ja, das waren so meine ersten Gedanken auch so nach wenigen Minuten. Ich bin normal immer einer, der dann auch nochmal eine Nacht drüber schläft. Habe ich auch getan, aber die Gedanken haben sich nicht verändert. Hat er Ihnen das denn persönlich mitgeteilt eigentlich, oder? Ja. Jetzt steigert das die Chance für Stefan Seider. Kann man das sagen, dass da nochmal Gespräche geführt werden? Ja, wir haben zumindest einen informativen Austausch gehabt, weil wir damals auch gute Gespräche hatten. Habe ich meine Beweggründe erklärt, habe ich ihm auch gesagt, weil das war lange vor der Zusage von Börner. Und habe ich ihm gesagt, wenn ich da irgendwas ändern sollte, wofür ich damals natürlich nicht ausgegangen bin, dann nehmen wir zumindest nochmal Kontakt auf. Aber das werden wir jetzt auch die nächsten Tage dann auch zeigen. Das ist ja auch seine Reaktion, seine Einstellung dazu dann auch abwarten und werden sicherlich sprechen. Werden Sie sich denn für den Stefan Seiger ähnlich intensiv einsetzen, wie das für den Julian Börner getan hat in Sachen Vertragsverlängerung? Haben wir jetzt eigentlich PK Sandhausen, oder? Ich weiß, dass das Thema interessant ist, aber jetzt lassen wir uns nicht jede Kleinigkeit, jedes Detail, was dann im Zusammenhang damit steht, eventuelle Neuzugänge kommen dann wahrscheinlich auch noch und durchgehen. Weil es ist ja auch noch nicht so lange her, jetzt ist gerade mal ein Tag dazwischen, an dem auch viel passiert ist. Ja, ich würde dieses Thema eigentlich damit auch als abgeschlossen sehen, wäre mir ja eigentlich jetzt ganz recht, weil da hängt ja schon noch das eine oder andere, mit zusammen Ausstellung wird sie sicherlich auch noch kommen, ist schon klar. Ja, das war ja letzte Woche dann die Frage, direkt nach dem Paderborn-Spiel haben Sie ja schon gesagt, Sie machen sich Gedanken, da war im Prinzip die Frage Berett oder Pipa, jetzt könnte ja die Antwort lauten, Berett und Pipa am Sonntag, oder? Korrekt. Korrekt, dass die Frage so laufen könnte, oder korrekt, dass sie mal... Dass es so kommen könnte, ja. Beides. Und die Anschluss, oder eine weitere Frage, Jonathan Claus mit dem Pferdekuss, wie ist da der Stand in den, kann der wohl spielen, oder kommt er auf jeden Fall mit erstmal? Ja, er hat heute das erste Mal ein normales Mannschaftstraining absolviert, minimale Probleme, was aber beim Pferdekuss dann aber auch fast normal ist. Also von daher denke ich, dass er definitiv mitfahren wird. Der Auswand von Manuel Prietl mit der Geldsperre, also keiner läuft ja so viel wie er, ist die Überlegung, ihn eins zu eins zu ersetzen, im Prinzip so ein Laufstattenspiel haben Sie ja nicht nochmal im Kader, oder sagen Sie einfach... Den gibt es in der ganzen 2. Liga nicht. Genau, richtig. Nein, wir haben mehrere Möglichkeiten. Kommen wir zu den, ja, Pipa, Behrend in der Innenverteidigung, Sauer ja auch versetzt, Schütz rechts hinten, so wie er auch nach seiner Einwechslung gespielt hat, wäre eine Alternative, es wäre eine Alternative, den rechten, einen rechten Innenverteidiger, oder einen Innenverteidiger auch rechts zu stellen. Wäre eine defensive Variante, Joe Claus hinten rechts ist ja auch nicht undenkbar, also dafür ist er eigentlich auch geholt worden. Also die Möglichkeiten, wir haben vorhin, ja, trainiert und das werde ich mir auch nochmal anschauen. Und dann auch endgültig entscheiden, die Entscheidung, wie es letztendlich aussieht, habe ich selber noch nicht ganz getroffen. Ja, Tendenz habe ich schon, ja. Was erwarten Sie für Sandhausener, die haben ja auch ganz gute Wochen hinter sich gerade. Könnte das jetzt so das Spiel sein, wo die Luft bei denen auch mal raus ist, oder glauben Sie gerade das Heimfinale für Sie, dass damit es nochmal alles aufs Kett bringt? Na ja, da die Luft raus wäre schon ein bisschen komisch. Also da sollte keiner nur ansatzweise von ausgehen. Sie brauchen sicherlich mindestens noch einen Punkt, dann kommt Torfell und ist wieder ein Spiel, dann sind ja schon die verrücktesten Dinge passiert. Nein, ich gehe davon aus, dass Sie dieses Spiel mit aller Macht gewinnen wollen. Und wie Sie es angehen, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass Sie das allerletzte Risiko gehen. Vielleicht haben Sie erst mal den Punkt im Hinterkopf, aber das ist schwierig zu sagen. Auf den Punkt zu spielen, bedeutet immer eine gewisse Gefahr. Also gehe ich davon aus, dass Sie das Spiel gewinnen wollen. Und ja, dann werden Sie endgültig gerettet. Das ist schon ein Ziel. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass Ihre Mannschaft, die ja längst gerettet ist, genauso viel investieren wird am Sonntag dieser Tauze? Ja, denke ich schon. Da gibt es auch die ganze Woche Anlass dazu. Dass man davon ausgehen kann, weil die Mannschaft, ohne von mir irgendwie dazu animiert worden zu sein, selber sehr viel Reibungspunkte auch im Training gesetzt hat, schon Anfang der Woche. So nach dem Motto, komm, lass uns ja nicht irgendwie einen Gang zurückschalten oder fahrlässig werden, leichtsinnig werden, gut trainieren und dann in Sandhausen auch eine gute Leistung bieten, unabhängig dann vom Ergebnis. Was ist es bei Roberto eigentlich, genau? Muskulär. Jetzt geht es am Weg zum Dock. Schweig gesagt, Zerrung, ob Faserriss, muss man ja noch erfahren. Aber ich denke schon, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird. Wie lange rechnen Sie denn bei dem Zerdelbrunner eigentlich mit dem Ausfall? Also wird das gepassend zum Vorbereitungsstart wieder klappen bei Ihnen? Ja, ich hoffe. Das waren unsere ersten Gedanken, wobei ich vergleichsweise ähnliche Situationen beim Florian Ballas in Dresden auch gehabt habe, die, na der hat ja erst relativ spät wieder angefangen, also da hat es deutlich länger gedauert, ist vielleicht individuell immer unterschiedlich, je nachdem wie schwerwiegend das alles ist. Ja, müssen wir abhören. Ich habe aber auch vor, heute Abend immer mit ihm zu sprechen, wie seine Ärzte das sehen, dann wird sicherlich dann auch Austausch mit seinem Arzt und unseren Ärzten gehen und dann wissen wir dann auch mehr. Mein hier brasilianischer Testspieler, Valison, ist der halt noch da? Der hat heute auch mit trainiert, allerdings zum letzten Mal. Mich war er enttäuscht hat, er ist so ein sehr junger Spieler, der ja noch A-Jugend spielen kann. Er hat schon manchmal, flackert so ein bisschen was auf, also ist sicherlich kein schlechter Fußballer, dann wird es wieder. Ich glaube aber, dass es, da wir jetzt auch eine Entscheidung treffen müssen, mit sehr viel Fantasie behaftet ist oder behaftet sein muss, dann kommen noch die kulturellen Probleme dazu, aus einem Heimatland dann erstmal rechtsprachlich. Das dauert in der Regel eine gewisse Zeit. Viele Spieler machen den Weg über die Schweiz, die dann nach zwei, drei Jahren so richtig explodieren. Das ist bei ihm auch nicht ausgeschlossen, aber für uns wäre es dann schon sehr schwierig, auch damit umzugehen, dann muss ja auch betreut werden und keine einfachen Verpflichtungen. Also heißt, es wird jetzt erstmal nicht zustande kommen? Genau. Sie sind ja jemand, der, wenn ich das richtig verfolge, eigentlich ungern umstellt, wenn er gewonnen hat, zumindest. Sie, glaube ich, Sie setzen, korrigieren Sie mich, Sie setzen schon gerne auf die Eingespieltheit in der Mannschaft. Jetzt müssen Sie so oft so viel umstellen, wie eigentlich, also Sie sind dazu gezwungen, so viel umzustellen, wie eigentlich noch nie in Ihrer Zeit war. Ja, dann ist das aber vielleicht auch etwas, von dem Sie sagen, das ist eigentlich auch gar nicht nur so schlecht, auch im Hinblick auf die kommende Saison. Man hat ja keinen Druck, das ist eine Chance. Ja, definitiv kann ich auch an einem Beispiel festmachen. Tom Schwitz. Wir haben ja schon, wir reden immer, wer wo was spielen kann und wie spielen kann. Wir haben vor längerer Zeit dann auch mal über Tom Schwitz gesprochen. Sebastian Hiller hat mir dann gesagt, der hat auch schon mal hinten rechts gespielt, hat er auch nicht so schlecht gemacht. So, und dem haben wir uns erinnert, beim Spiel gegen Paderborn. Und ich muss sagen, es hat er richtig gut gemacht. Aber es war jetzt eben halt die Aussage, die dahinter steckt, dass ich die Mannschaft auch noch Stück für Stück besser kennenlerne, durch solche Aktionen und sie vielleicht dann auch gegen Sandhausen dann auch wieder umsetzen kann. Klar, lieber wären wir immer erfolgreich und dann immer mit der gleichen Mannschaft. Es sei denn, einer spielt im Training überhaupt nicht mit, dann reagiere ich auch ganz gerne. Aber das ist natürlich der Optimalfall, was ja nie so 100%ig funktioniert. Hast du noch einen auf Lager, eine Frage? Doch, aber einen, so ein Knackmann. Gut, keine Fragen mehr, dann war das der erste Teil unserer Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Sandhausen. Vielen Dank Trainer und dann sehen wir uns gleich mit Ray Yawo wieder. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer PK. Wir haben den Gast ausgetauscht sozusagen. Jetzt ist Ray Yawo da. Schön, dass du da bist, Ray. Und Zeit für eure Fragen zum Spiel gegen Sandhausen. Die erste Frage geht nicht zum Spiel gegen Sandhausen, sondern ob du die letzten drei Abende auch gebannt vor dem Fernseher verbracht hast, um Fußball zu gucken. Wie ging es damit vor Donnerstag? Ja, schon, was heißt, gebannt. Also, klar hat man sich das ein oder andere Spiel einmal da angesehen. Und ich meine, jetzt hier Liverpool, Barcelona, ich meine, das war schon sehr, sehr spannend. Auch, was da wieder abgegangen ist, ich glaube, das ist auch wieder einfach mal da für ein Zeichen, was im Fußball alles möglich ist. Und so eine Eckenvariante, könnt ihr da auch was rausziehen? Könnt ihr das bei einem Jahrhundersex werden? Tja, ich denke mal, wir sind ja auch gar nicht mal so schlecht, was Eckenvarianten angeht. Und überhaupt nicht, das ist eine Frage des Trainings. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch in der Saison schon gezeigt, dass wir da auch ein paar Überraschungsbegründe durch kreieren konnten. Natürlich nur eine Eckenvariante, die ist natürlich qualitativ da auch sehr hochwertig. Und da muss man halt schon, ja, ich glaube, das bedarf dann schon einiges an Vorbereitung. Zumal jetzt ja wahrscheinlich auch jeder Gegner genau darauf achten wird, nicht auch noch so ein Tor zu kassieren. So ist das. Ja, da kann es schnell gehen, gerade bei so Standards. Du guckst nicht hin. Kommt der Ball schon rein, bumm, Ding ist drin. Ja, ist ein Spannungsabfall zu befürchten bei euch nach dem Höhepunkt gegen Paderborn. Ihr seid schon gerettet, jetzt geht es nach Sandhausen. Die brauchen noch auf jeden Fall einen Punkt. Ihr braucht im Prinzip keinen mehr, nur fürs eigene Gefühl, fürs eigene Konto wäre es natürlich schön, noch weiter zu pumpen. Aber ja, wie ist so dein Eindruck von der Trainingswoche? Mein Eindruck von der Trainingswoche ist eigentlich genauso wie in den anderen Trainingswochen auch. Also man hat da jetzt keinen Unterschied gemerkt in der Art und Weise, wie wir trainiert haben, aber auch in der Art und Weise, wie wir an dieses Training oder an die Traineneinheiten rangegangen sind. Sicherlich, klar, ist es für uns so, dass man halt auch weiß, es geht sich jetzt nicht mehr um vieles, aber dennoch haben wir für uns einfach auch den Anspruch, dass wir diese Rückrunde dann halt auch einfach ordentlich bänden wollen, im Sinne von einfach eine Eigenmotivation zu haben, dass wir die letzten beiden Spiele jetzt auch noch gewinnen wollen und dafür natürlich auch versuchen werden, alles in die Waagschale zu werfen. Aber nein, um Ihre Frage konkret zu beantworten, jetzt in der Woche habe ich jetzt keinen Unterschied bemerkt zu den anderen Wochen. Sandhausen hat genauso viele Punkte in der Rückrunde überholt wie ihr, 25, gehört mit zu den Top 4 der Rückrundtabelle. Was für ein Spieler wartest du am Sonntag? Ja, ich würde ja mal schon sagen, glaube ich, dass Sandhausen, dass wir auch einen Gegner treffen werden, die dann auch schon nochmal, ja auch schon ein Stück weit auch nochmal müssen. Und ja, ich glaube schon, dass sie darauf versuchen werden, das auch relativ frühzeitig dann auch zu entscheiden, dass sie dann auch direkt auch drauf gehen werden, versuchen zu überraschen. Davon gehe ich halt einfach aus und da müssen wir einfach auch drauf gefasst sein, dass wir auf alles vorbereitet sind. Weil wir haben es ja auch analysiert, haben es aber dann auch gemerkt, in Spielen zum Beispiel gegen Führer, dass sich Mannschaften dann auch auf uns eingestellt haben und dann komplett anders agieren. Und deswegen gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass wir da auch gefasst sein müssen, dass Sandhausen jetzt nicht so agiert, wie sie es typischerweise tun. Ja, aber das haben wir auch schon besprochen, da sind wir alle im Bilde und da gilt es halt einfach auch, das Spiel und den Kampf dort anzunehmen und versuchen dann darüber hinaus natürlich unser Spiel dann halt durchzusetzen. Ihr habt einige personelle Ausfälle zu beklagen. Wie ist da dein Gefühl, was das angeht mit den Wechseln, die anstehen? Ja, ich glaube zum Ende der Saison ist es immer mal so, dass das häufiger vorkommt, dass da Wehwehchen auftreten, weil es halt einfach eine lange Saison gewesen ist. Aber ich finde, wir haben da auch einen relativ breiten Kader, finde ich, auch qualitativ gesehen, dass wir da halt auch gut nachlegen können. Und auch jetzt glaube ich, dass wir mit einer Mannschaft ins Rennen gehen können, die auf jeden Fall die Qualität hat, um auch dieses Spiel erfolgreich gestalten zu können. Wie wäre so dein persönliches Fazit dieser Saisonausfall? Du bist ja ein Stück später dazu gekommen. Die Weih hatte ja Höhen und Tiefen, lange Zeit Tiefen auch und jetzt am Ende ist es doch gefühlt ganz gut gelaufen, oder? Also ich würde sagen, alles in allem kann man zufrieden sein, muss man zufrieden sein, weil, wie gesagt, als ich es halt gekommen bin, war ja schon auch eine ganz andere Situation, wo es dann hieß, okay, wir möchten so schnell wie möglich halt natürlich unten raus Klassenerhalt zu schaffen. Das war ja auch das Ziel und ich bin froh, dass wir es diesmal auch schneller geschafft haben, als es jetzt, sage ich mal, vor zwei Jahren der Fall gewesen ist. Und das war ja auch das Ziel und das Ziel wurde erreicht. So, und da muss ich sagen, oder finde ich, sollte man auch von dieser Perspektive darauf schauen, dass wir dieses Ziel halt auch erreicht haben und das ist gut. So, und wenn man dann auch nochmal auf die Rückrundentabelle schaut, glaube ich, in Summe gesehen, wie es mit den zwei Spielen, wenn die dann auch noch für uns natürlich positiv ausfallen würden, dass man ja dann auch in Summe sagen kann, jetzt stell dir mal vor, du hättest die Höhere Hinrunde auch so gespielt, dann würde es jetzt ganz anders aussehen in der Gesamttabelle. Und deswegen sage ich, von dem Ziel, was im Winter dann aber ausgesprochen worden ist, dann finde ich, haben wir es sehr gut gemacht. Und ich finde, wir haben auch schon wieder ein Steigen gelegt, halt auch für die kommende Saison. Genau, diese Rückrunde ist ja im Grunde erstmal eine Basis dafür, dass man nämlich ab Sommer nicht gegen den Abschied stehen will, sondern ruhig aus ein bisschen weiter oben gucken will, oder? Ja, ich glaube, das ist der Anspruch von jedem Einzelnen hier dann auch, weil die Qualität halt einfach auch da ist. Klar, jede Saison ist für eine neue Saison, man kann Ziele ausgeben, man kann Ziele aussprechen. Es gehört natürlich auch irgendwo im Quäntchen Glück dann auch dazu, dass man halt einfach einen Lauf hat, dass man das erste Spiel auch genial startet. Aber die Basis ist ja auch erstmal, dass diese Qualität vorhanden ist, gegen gute Mannschaften oder alle Mannschaften in der Liga dann halt auch wirklich bestehen zu können und das eigene Spiel dann halt auch durchziehen zu können. Ich glaube, natürlich ist da noch Luft nach oben, dass wir halt einfach noch eine Konstanz reinbekommen müssen. Aber auch da, sage ich, finde ich, sind wir auf einem wirklich sehr, sehr guten Weg, was wir auch in der Rückrunde gezeigt haben. Wie zufrieden bist du mit deiner eigenen Entwicklung, seit du im Winter zu Arminia gekommen bist? Wie bewährst du das? Ich sehe das immer aus zwei Perspektiven. Ich sehe das immer aus der ersten Perspektive, was ist das, was der Verein als mannschaftliches Ziel ausgesprochen hat, wohin ich oder wo ich halt eine Stütze für sein soll. Und das ist das, was ich hier auch gerade eben angesprochen hatte. So schnell wie möglich da unten raus, so schnell wie möglich krass noch dicht zu machen. Und da, glaube ich, habe ich in allen Punkten auf jeden Fall erfolgreich mitwirken können. Und persönlich ist es natürlich immer so, dass man die Spieler immer noch ein bisschen anders betrachtet. Du kommst wieder aus einer Verletzung heraus, musst auch wieder erstmal reinkommen. Es ist immer so, dass wenn du jede neue Verletzung brauchst, dann auch einfach immer etwas länger, um auch wieder reinzukommen. Und ich glaube schon, dass es da Spiele gab, die auf einem höheren Niveau waren, Spiele, die auf jeden Fall auch auf einem schwächeren Niveau waren. Und bin ja selber auch da ein selbstkritischer Mensch, wo ich schon weiß, dass ich auf jeden Fall selber von meinem eigenen persönlichen Spiel auf jeden Fall noch Luft nach oben habe. Aber muss natürlich wieder unterm Strich sagen, Fußball ist ein Mannschaftssport. Und dafür für das Ziel, was ausgegeben worden ist, denke ich, muss ich ja schon einiges richtig gemacht haben. Und wie gewährst du so vor den Hintergründen, die jetzt noch anstehen in beiden Spielen, sind die vielleicht für dich eben auch gerade wichtig, weil du dir da sozusagen in diesem Wiederaufbau nach der Verletzung eben auch noch jetzt weitere zusätzliche Power holst? Ja klar, natürlich jede einzelne Minute. Oder brauchst du eigentlich noch eine Pause? Nee, ja, das ist ja halt dieser Grad, wo man dann halt merkt, okay, man kommt vielleicht an ein körperliches Tief, da ist jetzt mal eine Pause auch wichtiger, wie ich sie dann halt auch gegen Duisburg dann auch bekommen habe. Und wo man halt schon im nächsten Spiel dann schon gemerkt hat, dass du dann halt auch wieder eine andere Kraft dann auch einfach zur Verfügung hast. Aber ich glaube, jetzt mit den letzten beiden Spielen, glaube ich, die werden auch nochmal gut tun. Dann nochmal eine gute Pause. Aber das Wichtigste ist auch immer, dass du eine lange Vorbereitung mit der Mannschaft hast, weil das macht schon noch einiges aus. Eine Sommervorbereitung kann man ja auch nicht mit einer Wintervorbereitung vergleichen. Würdest du denn sagen, dass du jetzt schon annähernd bei 100 Prozent bist oder brauchst du jetzt einfach noch die Pause, dann wieder die Vorbereitung auf? Ja, definitiv, definitiv. Weil es ist halt einfach so, weil du jetzt schon auch in der körperlichen Verfassung bist, wo es von der Substanz halt einfach ein bisschen abnimmt. Was aber auch wichtig ist, über solche Punkte auch mal gehen zu können. Und da bin ich auch froh, dass ich jetzt auch mal 90 Minuten gepackt habe und auch von den läuferischen Leistungen her dann auch gesehen habe, dass man jetzt auch schon auf einem anderen Niveau gewesen ist. Und wenn man dann jetzt dann halt auch nochmal diese Pause bekommt und dann mit einer guten Vorbereitung, ja, dann bist du auf einem ganz anderen Niveau. Und natürlich, dass du dann auch gesund bleibst. Aber davon gehe ich mal raus. Gut. Gibt es noch Fragen? Sonst klopfen wir alle nochmal auf Holz, auch für Sonntag. Auf drei Punkte für Arminia. Auf Arminia. Vielen Dank, Ray. Gerne doch. Arminia. Danke. Vielen Dank.